Ja, und damit sage ich Ahoi und Willkommen zurück. Hier war Assassin's Creed Brotherhood mit mir, dem Blackbeard. Ja, was machen wir denn heute? Ich glaube, wir spielen nochmal wieder hier. Etsy wird ja auf Gemälde startet und auch ein Mädels beim irgendwas machen beobachten kann. Was auch immer diese Damen dort machen. Ich kenne so ein Verhalten eigentlich nur von Affen. Dass sie sich gegenseitig lausen. Gut, ja, was machen wir? Mal schieben mal kurz auf die Karte schauen. Wir haben in der letzten Folge haben wir ja Leonardo wieder getroffen. Und von daher, wir haben eine Leonardo-Mission. Dort haben wir eine Leonardo-Mission. Genau, hier stehen ja diese komischen Kriegsmaschinen, müssen wir jetzt zerstören. Wir haben hier eine wiederhergestellte Erinnerung jetzt. Und wir haben irgendein Würfelspiel in der Diebesgilde freigeschaltet. Das habe ich eben gerade noch so gesehen. Das hat man mir so mitgeteilt. Was das jetzt genau macht. Puh. Keine Ahnung. Wir stehen jetzt gerade hier. Da haben wir noch einen Banner. Ich glaube, da kommen wir auch noch nicht dran, wenn man nicht alles täuscht. Mal schauen. Mal gucken. Wir gucken jetzt erstmal das Banner an. Und ansonsten gehen wir dann mal hier rüber. Leonardo-Mission machen, würde ich sagen. Klingt nach einem Plan. Weil Hauptmission möchte ich jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt erstmal die Leonardo-Mission, die Kriegsmaschinen zerstören. Ja, doch. Die Flagge soll irgendwo da vorne sein, in 130 Metern. Dann kicken wir doch mal da hin. So, 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 so. Ähm. Ist hier oben irgendwo drin, ne? Ja, ne? Ja, genau. Die ist hier oben irgendwo. Alles klar. Ach, da habe ich auch schon mal versucht hinzukommen irgendwie, ne? Aber sind die da quasi kläglich gescheitert? Mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt nicht. Hm. Also wir müssen auf jeden Fall vorne hinten irgendwie da rankommen. Weil von hier kommen wir ja nicht hin. Da oben ist auch noch ein Schatz auf dem. Bogen. Klar, mal schauen. Mal gucken, wenn wir jetzt mal hier lang gehen. Dann hier entlängst. Dort rüber. Und dann einfach mal hier lang arbeiten. Mal schauen. Vielleicht kommen wir ja so an die Flagge. Dahin. Dahin. Nein, das ist so weit, da kommen wir nicht hoch. Also von da kommen wir da definitiv nicht drauf. Das ist auch ein Ding nur eine Möglichkeit, meine ich. So, und von hier kommen wir auch nicht da ran, oder? Nee, 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 nee. Hm. Wahrscheinlich brauchen wir dann hier für den Kletterhaken oder so. Warte mal, gerade kommt der da rauf? Ja, hier kommt der drauf. Alles klar. Warten wir gerade. Mal schauen, wenn wir jetzt denn da hin. Da springt der dran vorbei, siehst du? Oder müssen wir von oben da dran springen, quasi, ne? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das machen wir jetzt mal. Da kommen wir jetzt einfach mal hier. Wir haben ja ein bisschen Zeit, oder? Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Das will ich jetzt doch mal gerade rausfinden, wie ich da hinkomme. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich die Musik sensationell finde, die sie in Assassin's Creed verbaut haben? Also, puh. Hm. Nee. Nee, nee, nee. Ich glaube, wir müssen dann noch von hier oben da rüber hüpfen. Aber dafür müssen wir erstmal auf diesen Bogen drauf kommen. Alter, kommen wir nicht hoch, weil wir den, äh, Kletterhandschuh nicht haben. Doch, wir haben den. Doch, wir haben ihn ja wohl. Ha. Stimmt ja. Wir haben uns ja den Kletterhandschuh geholt bei Leonardo. Mensch, warum sagt mir das denn keiner? Warum sagt mir keiner, dass wir den Kletterhandschuh haben? Dann pündern wir erstmal die Truhe. Ha. Genau, und so kommen wir dann dahin. Perfekt. Na, so wollte ich das doch haben. Ja, haben wir schon mal 24 von 101, also fast ein Viertel geschafft. Gut. Das Banner hätten wir. Ähm. Dann gehen wir mal weiter hier. Leonardo Mission. Leonardo's Maschinen. 400 Meter. Auf geht's. Dann laufen wir mal ein klein bisschen. Und wir können auch nochmal unsere Assassinen los schicken, fällt mir gerade ein. Haben wir ja in der letzten Folge auch kaum gemacht. Warte mal. Huch. Nein, du sollst ja nicht hochladen. Nein, du sollst ja nicht hochladen, so. Ich möchte gerne meine Jungs losschicken, dass sie da mal ein paar Missionen machen. Kann ich werden aufwerten? Ach, die sind noch unter... Ach, die sind noch unterwegs. 117 Minuten, 6 Minuten, alles klar. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Von wegen, ich hätte meine jungen Leute nicht losgeschickt. Was ist das? Mal gucken, hoffentlich kommen wir mal hin an die Mission. Doch, müssen wir eigentlich. Doch, klar kommen wir da hin. Doch, 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 doch. Hier ist noch ein Teilstück kaputt. Kurz schauen, was das kosten soll. Haben wir hier da einen Architekten stehen da oben? Ach, da haben wir noch die Mauer. Alles klar, da ist noch eine Grenze gezogen hier. Huch. Ja, genau, springen da rein. Ne, an denen kommen wir noch nicht dran. So. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns auch dann gleich mal, nachdem wir hier die... Oh, da läuft ja jemand. Hallo, mein Freund, bleibt mal stehen. Bleibe ja stehen. Halt. Schuft. So. So. Ähm. Ja. Ich wollte nicht pfeifen, ich wollte hier ausbauen. 1600 für einen einfachen Arzt. Das ist ja mal ein bisschen teuer, möchte ich sagen, oder? Gut. Dann schauen wir doch mal, Leonidas Maschinen. Den Aufsehen mit einer Rauchbombe betäuben. Äh, ne. Volle Sekunde Setzung, wir haben noch keine Rauchbomben. Wir haben noch keine Rauchbomben, dann müssen wir noch Rauchbomben organisieren. Und dafür brauche ich den Rauchbomben-Gürtel. Und der fehlt mir noch. Und dafür brauche ich noch ein bisschen Geld und das fehlt mir auch noch. Ähm. Sagen wir, wie gesagt, holen wir uns mal den Schatz, der hier noch versteckt ist, hier vorne. Wenn wir schon mal ein bisschen Geld brauchen. Ja, 180 Florin. Hm. Dann schauen wir doch mal, was diese wiederhergestellte Erinnerung hier vorne ist. Laufen wir noch einmal quer über die gesamte Karte. Mal da irgendwo eine Schnellreise hier vorne, so einen Tunneleingang. Da oben hätten wir einen. Ansonsten nicht wirklich, oder? Nee. Hm. Wo bin ich denn gerade? Da bin ich. Ich möchte mal kurz hier bei dem Schneider vorbeischauen. Um mal zu gucken, wie viel er verlangt für sein Ohr. Oh, tief. Was mich denn dieser Rauchbomben-Gürtel-Beutel-Tasche-Träger kosten würde. Den haben wir schon repariert, ne? Den Vierdokt hier. Ja. Aquedukt. Meine ich. Ist ja ein Aquedukt. Da fließt ja Wasser drüber. Ist ja keine Brücke. Ist ja kein Weg. Sonst wäre es ja ein Viadukt. Aquedukt. So. Ja, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen planen und zieht durch die Gegend. Huch. Halt. Schatzruhe. Nein, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Nein, wir warten bis alle da sind, oder? Ja, wir warten bis alle da sind. Tempio di Saturno. Oh, ja. Ihr werdet ihm nur wie groß sein. Mal schauen. Ähm, Beutel. Da hat er Rauchbomben-Beutel. Wir brauchen 8200 Florin. Oh, verdammt. Okay. Da brauchen wir noch ein bisschen Kohle für. Also, weiter geht's. Ähm. So, und da wir jetzt auch schon fast da sind. Würde ich sagen. Wenn wir uns um diese Mission machen, können wir diese wiederhergestellte Erinnerung. Kunsthändler, vielleicht bin ich auch unterwegs noch, ähm, nehmen wir mal eine Bank. Was ist nicht eine zum Sitzen, sondern eine, wo man das Geld abholen kann. Und dann können wir uns unter Umständen sogar schon... ganz bald diesen Rauchbomben-Beutel holen. Weil die sind doch recht, äh, nützlich, mein ich es mal, mischisch behaupten. Bitte was? Lustiger Affe? Ich zeig dir lustiger Affe. Okay, unterwegs ist keine Bank gefunden, also klettern wir jetzt einfach mal aufs Dach. Wo ist die Erinnerung? Da ist sie. Ja, also M34 Florin im Bank-Tresor. Warte, das ist den Humor, sag gerade noch mal schnell. Hier, wo haben wir die nächste Bank? Da ist ne Bank. Flugs zur Bank und dann, ähm... Hoch. Sackgasse. Na komm, geh mal hier über das Dach. Am Stall vorbei. Ja, und er springt noch mal ins Stroh. Auch okay. So, ich sag mal 36.000. Jetzt können wir zum Schneider gehen. Und uns, ähm... Die Rauchbomben holen. So, jetzt laufen wir einmal mit der Kirche ums Dorf. Jetzt laufen wir einmal mit der Kirche ums Dorf. Die die wohltuende Wirkung der Thermalswellen von Ferentino suchen. Eine klubzliche Temperatur... Nein, nein, nein. Ach du... Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aua. Was? Die beste Ware steht zur Hand. Nur zu. Ihr wisst, was ihr wollt. Ja, ich weiß, was ich möchte. Ähm... Beutel kaufen. Rauchbombenbeutel. Ja, für den großen König muss ich meinen Geschäftsauftrag erstmal beenden. Möchten einmal den kaufen. Und wir kaufen auch einmal die schwere Schwerbomben. Schwert schneide. So, damit wir auch die schweren Waffen jetzt tragen können. Wobei ich eher der Fan bin von den, ähm... Von den kleinen, schnellen. So. Haben wir das Rauchbomben erhalten? Jawohl, wir haben auch drei Rauchbomben erhalten. Sehr schön. So, und da kommen auch unsere Assassinen zurück. Der fast FEMA bringt. Höre ich in sein Element. Die 50-75- Ich will immer seinecemberen. Halt. Halt. Das ist alles viel addictive. Mann. Den will ich noch haben. Der will ich noch haben. Den will ich haben. Den will ich noch haben. damages schön things ganzync weg. Oh. Das ist alles nur. Nein. Egal. Egal. Ignorieren wir ihn da mal. Ignorieren wir ihn einfach. Ich wollte sowieso eigentlich da zu diesem Taubenschlag. Ach Mensch, du kletter doch einfach da hoch. Weil meine Assassinen sind jetzt allesamt zurückgekehrt. Und... Jetzt können wir hier die erstmal wieder ein bisschen aufwerten. Und dann gleich direkt wieder losschicken. So. Das hätten wir. Was haben wir in Venedig hier? Ein Level 1er Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad, ja komm. Hier, da. Du machst ihn mal, bitte. Damit du dann aufsteigst auf Level 3. Und noch ein Barcelona. Noch ein Zweier. Das darfst du machen. Noch ein Level 3er Auftrag. Ja. Hier. Zack. Bisschen starten. Sehr schön. Das geht doch ratzfatz jetzt nie. Das war ja 3er. Da können wir nicht auch ein 4er losstellen. Auf Stufe 4 zurück auch losschicken. Ja. Informationen stehlen. 41%. 83%. 100%. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, die wieder rausnehme, die rausnehme, und schicke stattdessen so eine mit los, teilen sich die auf 2 EPs und kriegen mehr aus. Hehe. Und Verträge stehlen, kriege ich die auch noch weg? Mit denen, die ich noch über habe. Nein, kriege ich nicht. Alles klar. Wie viele 65 EPs bekommen die? Ist gerade jetzt aufgestiegen, ist auch gerade jetzt aufgestiegen, auch gerade jetzt aufgestiegen. Die fehlen noch so viele EPs. Guck mal, das waren da noch welche wir kriegen mit, ähm, Hier, 477 EPs. So, und die anderen beiden, die behalte ich mal noch. Ne, die schicken auch los, ich auf 3er. Zack. Hier haben wir keine 3er Mission. Das ist eine 4er Mission, oder, die müssen wir auch nochmal losschicken. Hier, da. Zack. Aber raus, da. Gut. Das hätten wir. Und dann kümmen wir uns jetzt mal um die Mission Kümmen. um die wiederhergestellte Erinnerung hier. Da. Und wir entfernen auch noch kurz hier oben den Steckbrief. Oh, der hat mich gesehen. Okay. Okay. Wir gehen jetzt gleich, auch garantiert wieder direkt. Nochmal ein wenig Bekanntheit wieder. Aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Wobei. Ja. Runter da. So. Weg. Weg. Und diesmal hat uns keiner gesehen. Sehr schön. Ich höre hier noch was glitzern. Ich höre da oben etwas glitzern. Huch. Ah, ein Borja-Banner. Karten zu den Borja-Bannern. Ach, alles klar. Da können wir sogar die Karten kaufen. Gehen wir mal hier rein. Mal schauen, was uns erwartet. Ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste nicht, dass du nach Rom kommst. Was war das? FHF-E-Mail-Netzwerk. Desmond Miles, verborgener Absender 1506 Hallo Desmond In deiner Zeit mit Rebecca, Sean und Lucy hast du vielleicht von den höherrangigen Assassinen gehört, die euer Team unterstützen. Ich bin einer von ihnen. Rebecca hat die Anweisung, dir diese Nachricht zu geben, wenn oder falls, jetzt die auditorische Erinnerungen aus 1506 freigeschaltet werden. Wir hoffen, basieren auf unseren historischen Recherchen, dass wir in diesem Zeitabschluss wichtige Informationen für unsere Mission finden können. Mit Hilfe von Rebecca werden wir deinen Fortschritt überwachen. All dies ist streng vertraulich. Deshalb darfst du darüber weder reden noch diskutieren. Ich will so wenige Leute wie möglich in diese Sache hineinziehen. Ich werde dich und Rebecca informieren, sobald die Daten, die wir suchen, gefunden wurden. Viel Glück, Desmond. Okay? Wiederhergestellte Sequenz. Da Vinci's verschwinden. Ach, das ist ja so ein... Ach, das ist ja Bonus, den ich zugezogen bin, den ich über den Rewards... Ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr missgrillend. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen notiert. Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Äh, natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Dieses breite Lächeln übertrieben. Bedeutungslos. Vergiss die Malerei. Ich habe an meinen Forschungen einen Durchbruch. Eine große Entdeckung gemacht. Salai, bringst du mir... Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpa Adormentata. Die Würfel sind gefallen. Die Leonardos Assistenten Salai in der Diebsteskette für uns zu Leonardos Sektchen. Man ist vier Quadrate, Gesundheitsanzeige behalten. Nein, ablehnen. Die Mission möchte ich noch nicht spielen. Da wir mir später noch einen Blickraum nerven. Nein, das ist eine Mission, die ich über diese Reward-Funktion von Uplay freigeschaltet habe. Deshalb können wir die jetzt hier auch quasi dann nochmal starten. Aber das möchte ich jetzt gerade mal nicht. Alles klar, ich war mir nicht bewusst, was ich da jetzt mit losgelöst habe. Also gut, sind wir umsonst hier hingelaufen. Was machen wir denn dann? Gut, wir sind hier ums Eck. Machen wir halt erstmal diese Leonardos Maschinenaufgabe. So. Die sagt mir dann doch ein kleines bisschen eher zu. Vor allem, weil die halt quasi zum Hauptspiel dazugehört. So, die nehmen wir noch kurz mit hier. Ein Glas mit Blutegeln. Aua. Ich bin doch schon gar nicht mehr da, du Idiot. Oh, da haben wir noch ein Ding gefunden hier. Ähm, ja. Ein Ding. Quasi hier so einen Rombolus-Versteck. Huch. Oh, er hat seinen Wesen fallen gelassen. Sehr gut. Pass auf. So muss ich mal eine Wache. Hey. Ich muss doch irgendwo meine Wache rumstehen. Hey. Nein, nicht fallen lassen. Sollst du mitnehmen. Hier muss doch irgendwo eine Wache sein. Bei jedem Verstoß droht eine öffentliche Ausfeichung. Keine Wache? Schade. Alles klar. Dann gehen wir Erinnerungen starten. Volle Synchronisation. Den Aufseher mit der Pistole töten. Ah, easy. Ist irgendwo hier drüben. Achtet auf herabfallendes Bauerwerk in der Nähe von Gebäuden. Unser Beileid gilt allen englischen Staatsbürgern wegen des Vernusses ihres Botschafters. Die Ölgischen Beileid gilt allen englische Beileid gilt allen englischen Beileid zu erinnern. Wieso kann ich das Schwert nicht auswählen? Verdammt! Hier unten, Idiot! Komm! Na ja, lassen wir ihn da mal ein bisschen rumhüpfen. Mein Assassine, der läuft auch hier mit dem Kopf durch die Wand. So. Das hätten wir, jetzt führt es uns hier rüber, alles klar. Mal schauen, ob wir dorthin gelangen. Ja, aber doch, das müssten wir doch eigentlich, oder? Das müssen doch außerhalb dieser Grenze sein, die wir noch nicht betreten können. Bis wir im nächsten Akt sind. Soll ich mich einmal heilen? Nein, ich heile mich jetzt nicht. Gut, den haben wir schon. Okay. Ey, er hat seinen Besen weggeschmissen. Da liegt er. Ich muss doch irgendwo noch eine Wache rumstehen. Ich will jetzt endlich mal eine Wache mit dem Besen töten. Gibt schließlich ein Achievement. Okay, keine Wache. Lass fallen. So. Aber. Bevor wir diese Mission starten, machen wir jetzt jetzt hier eine kleine Pause und schauen in der nächsten Folge rein, was uns dort erwartet. Bis dahin, euer Blackbeard. Vielen Dank.